Ach ja, Crash Site, meine Hassmission. So, baum, 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 baum. So, Injis. Runter. Haut sie weg. Mitkommen, 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 mitkommen. So, runter, 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 runter. Aber die schaffen es irgendwie nicht. Das ist so ein unkoordinierter Haufen. Boah, hier ist so viel los, ey. Ich weiß nicht, wo ich hier gucken soll. Diese Mission ist so krank. Los Leute, wir brauchen unbedingt Leute. Verstopft hier den Weg. Ist mir scheißegal, wie ihr das macht. So, geht drauf. Zack, zack. Meine Injis. Der hat meine Injis plattgefahren, der Wichser. Oh, das wird noch schwerer jetzt. Ohne Ingenieure. Das ist so hardcore jetzt. Versammelt euch alle da oben. Das wird richtig, richtig hardcore. Deswegen müssen wir alles, was uns zur Verfügung steht hier oben erstmal hinstellen. Jetzt geht's ab. Ich sehe nichts hier. So, runter, 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 runter. Los Leute. Oh, und weiter, 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 weiter. Boah, das Ding war fast kaputt. Oh, hier ist alles voller Tiberium. Das ist gar nicht gut. Da kann man sehen, wie viele Cyborgs hier eingesetzt wurden. Aber es verbreitet sich ja auch von selber. So, rüber, rüber, rüber. Ja, in der Mission geht's auch wirklich darum, hier alles, wirklich alles von Nod zu vernichten. Ja, das ist auch mal eine Hassmission. Ich mag die überhaupt nicht zu spielen. So, kommt mal mit. Das ist auch so ein Ding, was ich nicht verstehen kann. Normalerweise müssen die Missionen vorbei sein. Aber dadurch, dass die ganzen Nod Anhänger überall hier rumlungern. Mal müssen die hier unten noch sein. Guck mal hier. Ich bin frei. Ja, Herr. Ja, Herr. Komm, wir machen das ordentlich. Ich bin frei. Ich bin frei. Ich bin frei. Ich bin frei. Ja, das ist ein Gebäude. Also, wenn man das hier nicht weiß in dieser Mission, dann bist du aufgeschmissen. Dann fragst du dich, wo sind die Leute? Wenn wir da hinten in der Ecke sind, habt ihr ja gesehen, könnt ihr ganz easy nachmachen. So. Oh. So, ich muss sagen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal und bis dann. Deine. Höchst Quäler.